Musik Globus ist ein Familienunternehmen, wurde 1828 von Franz Buch in St. Wendel in Saarland hier gegründet. Vor 33 Jahren haben wir dann uns entschieden, eine eigene Vertriebsschiene aufzumachen, die Vertriebsschiene der Fachmärkte. Wir sind seit Jahren schon auf Platz 1 als kundes- und freundlichster Baumarkt innerhalb Deutschlands und sind darauf auch sehr stolz. Musik Wir wollen mit der Zukunft gehen, wir müssen mit der Zukunft gehen. Aus diesem Grund sind wir natürlich auch sehr innovativ, auch was in dem Bereich Technik angeht. Unsere Mitarbeiter brauchen draußen auf der Fläche Geräte, um die tägliche Arbeit zu leisten. Deswegen haben wir von Zebra die intelligente Lösung, die TC70-Geräte ausgesucht. Das hat uns begeistert, da hier die Technik sehr viel gibt für unsere Mitarbeiter draußen. Alle unsere Mitarbeiter haben permanent ein Gerät dabei. Wir haben knapp 7000 Geräte auf unserer Fläche draußen. Und die Mitarbeiter benutzen es einerseits für die klassischen Dinge wie Bestellung, wie Inventur, wie Wareneingang. Aber auch für unsere Kunden zum Preisrückfragen oder auch bei Warenabholung im BE, wo der Kunde auf dem Gerät durch Unterschrift bestätigt, dass er die Ware bekommen hat. Musik Die TC70 benutzen wir eigentlich ständig. Man kann nachprüfen, was kostet ein Artikel. Man kann nachprüfen, wie viel von diesem Artikel haben wir bei uns im Bestand. Wir können mit den TC70 telefonieren. Wir können mit den TC70 Fotos machen und per E-Mail versenden. Wir können im Internet nachschauen, falls es nötig ist. Die TC70 ist ein sehr robustes Gerät, hat aber dennoch ein sehr attraktives Design. Sie hat ein sehr gutes Display, was auch im Außenbereich sehr gut gelesen werden kann. Wir haben einen Scanner drin verbaut, der 2D- und 1D-Barcodes lesen kann. Es ist schneller Prozessor mit verbaut und Globus hat damit die Möglichkeit, ihren Kunden bei der Beratung viel mehr auf dem Display anzuzeigen. Das TC70 haben wir ausgewählt, weil dieses Gerät anhand seiner Geräuschunterdrückung in einem sehr lauten Umfeld dafür sorgt, dass die Mitarbeiter damit auch problemlos und ohne Hintergrundgeräusche telefonieren können. Zukünftig werden wir den Workforce Connect Client noch stärker in unsere Applikationen einbinden, um das Potenzial dieser Applikation und dieser Software noch stärker ausnutzen zu können. Zebra hat uns von den ganzen Dingen rundherum auch begeistert. Wir haben neben den MDE-Geräten von Zebra auch noch die Drucker von Zebra im Einsatz und wollen zukünftig auch die Kassenscanner von Zebra einsetzen. Das heißt, ein strategischer Partner wird Zebra für uns weiter sein. Dadurch, dass das TC70 so ein flexibles Gerät ist, hat der Mitarbeiter viel mehr Zeit gewonnen und er kann viel effektiver arbeiten, weil er mit diesem Gerät so viele Dinge machen kann. Und das egal, wo er sich im Markt befindet. Und somit hat er viel mehr Freude auch an der Arbeit und kann effektiver arbeiten. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020